Aber ich glaube, es gibt schon. Ich kann auch nochmal machen. Ist schon reingegangen auf jeden Fall. Noch ein bisschen? Ja, ich bin jetzt reingegangen, ja. Nein, gut, das sind die Märchen. Ich mach schon fast ab. Ist aber fest und dran. Ja, ganz dran. Alles klar, der Ende. Ja, ganz dran. Ach, fährst du doch. Ich dachte, es wäre ein anderer. Alles gut. Ich fahre mit dem Chef. Dann erzähl mal, was machen wir? Das ist eine Problembehaltung, da bin ich ein bisschen unsicher. Da gibt es unterschiedliche Aussagen mit dem Internet. Ich strecke mich eigentlich immer sehr weit raus. Ich komme aber auch mit dem Arm fast gerade. Und Christian meint, das ist falscher Händung. Ich soll runter. Ich gucke mir das an, lasse dich ein, zwei Runden vor, dann werde ich dir das anzeigen. Erstmal fahre ich vor, denkst du nicht über mich nach, ob ich so beruhig werde. Und kannst du mir nach den Türen direkt hier stehen bleiben, dass du direkt eine Besprechung machst? Ich habe da keinen Satz. Ich stelle mal eben an der Seite hin. Ich sage dem Kollegen gescheit, sonst haben wir ja noch einen Schlag. Okay, also nach den Türen direkt hier. Okay. Okay, also nach den Türen direkt hier. Okay, also nach den Türen direkt hier. Okay, also nach den Türen direkt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020